Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review und schon wieder ist es eine Serie. Jetzt waren wir gerade das letzte Woche auf Netflix unterwegs und jetzt gehen wir auf Sky bzw. zu Sky und einem Werk, das dort streambar ist, genauso wie auf Amazon Prime oder, so wie es man da vorne schon auf meinem Tisch sieht, auch als DVD und Blu-Ray erhältlich ist, eine Serie aus dem letzten Jahr, die schon seit einiger Zeit in meinem Blu-Ray-Regal vor sich hin vegetiert und das aber noch nie wirklich geschafft hat, in meinem Blu-Ray-Player zu landen, aufgrund dessen, dass ich mir solche Werke eigentlich immer ganz gern als Ganzes anschaue, als Gesamtkonzept mit möglichst wenigen Pausen dazwischen. Und da war doch die jetzige Situation eine perfekte Möglichkeit, um diese Serie endlich nachzuholen. Es geht um Chernobyl, eine Sky-HBO-Produktion, also eine HBO-Produktion, wo bei uns Sky die Vertriebsrechte besitzt und es geht genau um das, was da vorne drauf steht, Name ist Programm. Es geht um eine der größten Katastrophen in menschlich herbeigeführten Katastrophen der Geschichte. Es geht um den Atomreaktorunfall bzw. die Reaktorexplosion in Chernobyl 1986. Die Serie zeigt die Folgen davon, aber natürlich auch die Background-Geschichte. Wie ist es dazu gekommen und was hat da so alles passieren müssen, das eben passiert. Zentrale Figur in diesem ganzen Geschichteln, also unsere Identifikationsfigur, das ist rausgekriegt. Und unser Anker ist im Grunde der Valery Legasov, so heißt der Herr, der ist als Experte von der Regierung eingesetzt, um diesen Unfall bzw. dieses Unglück, Unfall ist es ja an sich keiner, ein Unglück zu untersuchen. Und zwar eben im Auftrag der Regierung, das Ganze ein bisschen überwacht durch den zuständigen Minister. Und ja, da hat quasi die Verantwortung, die Schuldigen unter Anführungszeichen auszumachen bzw. herauszufinden, was da genau passiert ist bzw. wie es hat dazu kommen können, dass das so passiert. Die Serienstruktur schaut dabei so aus, dass wir in dieser Serie fünf Episoden haben. Alle zusammen so ungefähr in der Lauflänge zwischen 50 Minuten und 70 Minuten, irgendwo so in der Zwischenrin, also knapp rund um die Stundenmarke. Davon eben fünf Episoden und die Serienstruktur ist so, dass die eigentlich in der ersten Episode, also die erste Episode ist eigentlich mittendrin. Die beginnt, du wärst da mittendrin, eine Cout in das Setting. Dementsprechend brauchst du die erste halbe Episode sicher mal, dass du da ein bisschen reinkommst, dass man sich einmal ein bisschen orientieren kann, in welche Richtung das jetzt auch so tonal und so weiter geht. Und dann wird also nach der Reihe aufgeschlüsselt. Also es ist jetzt keine chronologische Abhandlung und kein chronologischer Bericht, sondern es ist vielmehr eine sehr emotionale Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und da kommen wir gleich schon dazu, warum diese Serie in der internationalen Kritik teilweise ein bisschen geprügelt worden ist teilweise. Und zwar deswegen, weil sich die Serie teilweise ein bisschen Freiheiten nimmt. Jetzt nicht erzählerische Freiheiten im Sinne von Quatsch erzählen, sondern dramaturgische Freiheiten. Es werden teilweise einfach für dieses Medium adaptiert, gewisse Sachen anders erzählt, beziehungsweise ein bisschen dramaturgisch interessanter hergestellt. Da würde ich gleich einmal zum Beispiel die Figur der Frau Komiuk, Komiuk heißt die, gespielt von Emily Watson, ein bisschen ins Bewusstsein holen. Die Dame hat es nämlich eigentlich nicht gegeben, ist eine ganz wichtige Person in dieser Serie. Die wurde eben hineingeschrieben, stellvertretend für alle Wissenschaftler, die bei der Aufarbeitung dieses Unglücks irgendwo mitgearbeitet haben. Und damit man halt nicht 100.000 neue Rollen dazu hat schreiben müssen, wo dann 99.000, 99.000 nichts dazu zu sagen haben, beziehungsweise wenig beizutragen haben, hat man sich eben gedacht, man schreibt eine komplett neue Figur und gibt quasi dem Zuschauer ein bisschen die Möglichkeit, auch diese Seite gescheit repräsentiert zu bekommen. Und die Frau Watson macht das wirklich ausgezeichnet. Es gibt wohl in Hollywood im Moment keine Frau oder keine Schauspielerin oder keinen Schauspieler, gleich einmal um das geschlechterneutral zu sagen, die so her schauen kann, wie die Frau Watson das wirklich macht. Diese ständige Verzweiflung, Dringlichkeit im Blick und gleichzeitig aber der Zorn über gewisse Dinge, die man da so präsentiert bekommt, die spielen sich in ihrem Gesicht wirklich exzellent wieder. Und da gibt es wohl relativ wenige Schauspieler, die das so drauf haben wie sie. Generell müsste man zum Cast eigentlich gar nicht so viel sagen, weil jeder, der da drinnen spielt, absolut sein A-Game abliefert. Ob das jetzt der Stellan Skarsgård ist oder ob das der Jared Harris ist, komplett egal, wer das jetzt ist. Sensationelle Performances durch die Bonk und was die Serie ganz stark macht. Es sind nicht so viele bekannte Figuren in großen Rollen zu sehen. Also das ist wirklich der Herr Skarsgård eine absolute Ausnahme. Den kennt man von der Mimik her und vom Gesichtsausdruck her einfach aus ganz anderen Dingen. Damit haltet sich die Serie aber nicht drauf. Es verschmelzen die Charaktere wirklich mit den Schauspielern an sich. Da gibt es jetzt keine so eine Parade, dass man sagt, ah, du bist A-Do, du bist A-Do, aha, schau, der spielt den. Sondern das ist wirklich mit dem Moment, wo diese Figuren auftauchen, sind es eigentlich die Charaktere und nicht die Schauspieler. Gilt im Übrigen auch für den Herrn Skarsgård. Also man erkennt ihn zwar, aber er geht komplett auf in seiner Rolle und somit ein sehr gelungenes Casting, wie ich finde. Und dann möchte ich noch ganz schnell, bevor wir jetzt über die Machart und über das Drehbuch und so weiter sprechen, ganz kurz die Musik ins Bewusstsein holen. Ich bin ja selber Musiker und schaue dementsprechend auch immer bei solchen Produktionen natürlich auch immer auf die musikalische Untermalung. Und da haben wir einen wunderbaren Soundtrack von der Frau Günder-Dottir, die ja heuer auch mit dem Oscar für Joker ausgezeichnet wurde und auch eben die Musik für Tschernobyl zu verantworten hat. Und in dem Fall muss man wirklich sagen, die Musikbranche kann sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass sie die Frau Günder-Dottir unter sich weiß und in ihren Rängen weiß, denn von der Dame haben wir noch ganz, ganz viel zu erwarten. Dieser Soundtrack, den die da liefert, ist absolut weltklasse. Also sämtliche Szenen, wo ihr Score irgendwo dann wichtig wird, hauen so rein. Das ist absolut sensationell, was sie da macht. Sehr stimmungsvoll, nicht zu aufdringlich, sehr atmosphärisch, sehr ruhig, weniger die pulsierende Geschichte, außer dann wirklich in den Szenen, wo es dann wirklich drauf ankommt. So, und jetzt schauen wir uns einmal kurz ins Drehbuch an. Beziehungsweise, ich habe ja schon gesagt, in der internationalen Kritik wurde der Film ein bisschen gepflückt, zerpflückt teilweise, also nicht überall. Bei Gott, er steht ja auf IMDb, steht da ja mit einem Durchschnittswert von 9,5 als beste Serie aller Zeiten da. Ja, der nimmt sich teilweise ein bisschen Freiheiten in der Dramaturgie und trotzdem ist es ein Lehrstück, was diese Serie da macht. Das ist nämlich keine rührselige Hollywood-Produktion, wo es dauernd darum geht, dass du so da sitzt und emotional komplett durch den Rost gedraht wirst, sondern das ist eine sehr atmosphärische, sehr ruhige teilweise Erzählweise, die es aber wirklich erlaubt, über diese Lauflänge, die doch recht ausufernd ist, also wenn man das nicht gewöhnt ist, so wie in die Serie zu schauen, es ist nicht gerade kurz, es sind wie gesagt fünf Folgen knapp bei der Stunde, das muss man schon dann durchhalten, aber man wird da wirklich entschädigt mit einer Erzählweise, mit einer Ort und Weise des Produktionsdesigns und auch der Kameraführung des Sensationelles für diese Genre. Die Kamera haltet drauf in den unangenehmen Szenen. Das ist teilweise sehr anstrengend und sehr, sehr mitreißend, im positiven wie auch im negativen Sinn. Also es ist nicht einfach nur eine Abhandlung von gewissen Ereignissen, das passiert zuerst, dann kommt das, dann kommt das. Vielmehr ist es eine Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen, die einen wirklich packt, wo man wirklich das Gefühl hat, man versteht gewisse Dinge jetzt einfach ein bisschen besser. Und die Art und Weise, wie eben die Bilder auch gemacht sind, sind teilweise ein bisschen entsättigt. Die Pripyat zum Beispiel, die Stadt, die drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer von diesem Atomkraftwerk Tschernobyl, die ja noch immer steht, ist super nachgestellt. Das wurde in Litauen gedreht, aber da hat man eine Kulisse gefunden, die absolut genau so stimmt, wie das auch wirklich ausschaut. Alles, wie gesagt, eher entsättigt, eher kühl, eher kalt. Und auch die Episoden in sich sind jetzt natürlich logischerweise nicht abgeschlossen, aber jede Episode hat so einen bestimmten Fokus auf eine gewisse Geschichte, die man so ins Ziel bringen möchte. Und absolut sensationell. Weil die Idee dieser Serie stammt von Craig Mason, der eigentlich bekannt war für so Screwball-Comedies. Ein Superhero-Movie hat er zum Beispiel gemacht, dann habe ich mir da aufgeschrieben, Scary Movie 3 und 4, Hangover 2 und 3. Also überhaupt nicht das, wo Tschernobyl reingehört. Und da möchte ich ihn doch, das würde ich ihn wirklich gerne einmal fragen, warum hat das so lange gedauert, bis man sich dann auf das besinnt, was man kann? Weil das kann er. Er hat keine Regie geführt, von ihm ist die Idee und er ist der Showrunner. Das heißt, der kreative Verantwortliche dafür. Die Regie hat geführt, der Herr Johann Renk ist ein, Renk heißt er, Johann Renk, ist ein finnischer Komponist, Musiker und Komponist und Regisseur. Er hat in der Vergangenheit Episoden-Regie geführt von Vikings, The Walking Dead, Bates Motel und Breaking Bad. Also der ist ein alter Serienhase, der kennt sich grundsätzlich schon aus, inwiefern das funktioniert. Und die zwei in Zusammenarbeit haben wirklich ein Werk geschaffen, über das man in Jahrzehnten noch sprechen wird. Tschernobyl ist nichts anderes, wie genau das, was es auf IMDb vorgibt zu sein, nämlich die beste Serie aller Zeiten. Zumindest, wenn es um die Miniserie als Format geht. Nicht jetzt über die lange Serie, weil das ist wieder eine ganz andere Disziplin, aber wenn es um Miniserien geht und Formaten wie diesen, dann wird man nicht mehr so schnell irgendwas finden, was diese Serie toppen kann. Tschernobyl ist ein Meisterwerk und für Meisterwerke gibt es von mir die volle Punktzahl, 10 von 10 Punkten und somit eine absolute Sehempfehlung für jeden, jeden, jeden Punkt. Die Serie kehrt eigentlich in die Schule. Nur für sowas hat man leider Gottes bei uns keine Zeit. Das ist lang, ist richtig. Diese 16er Freigabe ergibt sich durch die Trailer. Die Serie selber ist ab 12 freigegeben. Somit wäre dem nichts entgegenzusetzen, dass man das auch in den Schulbetrieb mit aufnimmt. Ich wäre ein großer Fan davon, weil ich glaube, dass genau durch so eine Serie, die wirklich so, so viel zu sagen haben, nicht nur über dieses Unglück, sondern auch über die Mordverhältnisse innerhalb der Sowjetunion und die Art und Weise, wie mit angeblichem Fake News oder mit der Wahrheit, so gesehen, umgegangen wurde und umgegangen wird in der heutigen Welt. Da hat der Film wirklich verdammt, verdammt viel zu sagen und gehört damit für mich auf jeden Fall in einen Ethikunterricht, in einen Physikunterricht und in sämtliche Unterrichte hineingeschmissen. Schade, wie gesagt, dass das unser Bildungssystem nicht zulässt. Von mir auf jeden Fall eine Oberempfehlung. Wie gesagt, was Besseres gibt es in dem Segment nicht. Damit darf ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Führt euch und ciao. Führt euch und ciao.